Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich beschäftige mich mit den nächsten Videos rein mit C-Sharp. Das heißt, ich fange eine neue Serie an, C-Sharp. Hier lernt ihr C-Sharp, hier lernt ihr die Anfänge. Ein bisschen was für Fortgeschrittene wird auch dabei sein, also auf jeden Fall in den späteren Videos. Und ihr lernt Anwendungsbereiche, ihr bekommt Aufgaben und so weiter. Das alles hier in dieser Serie. Heute die Einleitung. Damit die Einleitung nicht so lang wird, raddle ich das eben runter. Also, wir wollen hier C-Sharp programmieren. Das heißt, wir brauchen natürlich wieder eine Entwicklungsumgebung. Ich benutze diesmal nicht, wie bei meinen Java-Videos Eclipse, sondern ich benutze diesmal in diesem Fall eine Internetseite, .netfiddle.net. Wenn ihr auf diese Seite geht, dann könnt ihr quasi im Browser programmieren. Ziemlich komfortabel und das reicht vollkommen aus für das, was wir erst einmal machen. Das heißt, für die grundlegenden Tutorials reicht das erstmal vollkommen aus. Der Vorteil ist natürlich, dass ihr nirgendwo etwas installieren müsst, wenn ihr zum Beispiel an der Hochschule seid oder bei euch in der Schule oder sonst wo oder auch zu Hause. Ihr könnt einfach auf .netfiddle.net gehen und wenn ihr dort einfach nur .netfiddle.net eingebt, dann kommt ihr schon genau auf diese Oberfläche und könnt C-Sharp programmieren. Natürlich gehen hier auch andere Programmiersprachen, Visual Basic, .net und F-Sharp. Aber wir wollen uns um C-Sharp kümmern. So, das war schon fast die Einleitung. Vielleicht noch kurz. Die Videos sind für Anfänger erstmal. Also die ersten 10 bis 20 Videos werde ich erstmal machen. Die sind rein erstmal der ganze Grundstoff von Vorschleifen, Übervariablen bis hin zu Methoden und Klassen. Dann steigen wir erst richtig in die objektorientierte Programmierung ein. Bis dahin würde ich trotzdem auch empfehlen, die Videos anzuschauen. Selbst wenn ihr meine Java-Videos schon geschaut habt, es gibt in der Sprache sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu Java. Also C-Sharp ist sehr, sehr angelehnt an Java. Aber einige Dinge gibt es trotzdem zu beachten. Und das werde ich natürlich dann in den jeweiligen Videos immer erklären. Also wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ihr die auch schaut. Ja, wo wollen wir hin? Was kann man mit C-Sharp machen? Ich möchte eher so in Richtung Spieleprogrammierung gehen. Das heißt, C-Sharp benutzen wir für Unity 3D. Das heißt, es kommt nochmal eine neue Serie bei Gelegenheit über Unity 3D, in der ich noch etwas über die Spieleprogrammierung erzählen werde. Und genau dafür braucht ihr C-Sharp zum Beispiel. Oder aber ihr wollt Windows-Anwendungen programmieren, dann auch C-Sharp. C-Sharp ist übelst im Kommen. Also es wird immer mehr eingesetzt. Und ich glaube, ihr könnt nichts verkehrt machen, wenn ihr euch diesen Kurs mal reinzieht. Ja, ansonsten haben wir hier schon unser erstes Programm. Ihr könnt euch das anschauen. Das als Einleitung, das Hello World Programm. Wenn ihr ein Programm schreibt, müsst ihr es hier in diesem Fenster schreiben. Und dann klickt ihr auf Run. Und dann erscheint unten Hello World. Und damit ist das Programm erledigt. Haben wir die Einleitung schon hinter uns. Würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet. Und auch meine anderen Videos schauen würdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, bitte in die Kommentare schreiben, was euch nicht gefallen hat. Und ich werde schnellstmöglich darauf antworten. Vielen Dank erstmal fürs Einleitungsvideo. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Kurs. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.